noch forschungen die machen wir runter also ich gehe jetzt du gehst runter weiter runter bis zum panzer 34 und dann gehst du dann rechts zum vk 3601 und du könntest im prinzip auch weiter runter gehen bis du beim panther bist ich glaube ich bin zu blöd ach da ja ja aber er geht auch der ist relativ der ist halt mittelschwerer aber du willst sicherlich schweren nehmen guck mal wenn ich jetzt wenn ich die ausführung a nehme panzer kraftwagen drei ausführung a danach kommt ein vierer der mittel mittel darum gehe ich muss ich eh rüber zum mittel und dann kommt ja der schwere da habe ich aber zwei mittel die ich fahren kann ich kann natürlich auch noch weiter runter gehen zu vk 3001 h und dann gehe ich noch weiter runter zum panter dann gehst du zur seite zum panter ja zur seite seite runter zum vierer panter und dann runter zur bis zur e 50 aber gut musst du bist ne ich hatte auch noch seine zeit gut dann wollen wir mal nicht langweilen und ein neues match starten ne jo ist doch im gefecht ja dann halt nehme ich halt eine stufe fünf panzer und nehme dich mit egal ne ist egal ist total egal ja musst du noch bereit klicken auf ins gefecht mit uns ich habe fast 30.000 wieder also nach der runde dann 30.000 oh man oh ja m 103 ja m 103 m 103 und jagdtiger stufe 9 ja stufe 9 stufe 9 stufe 9 auch das ist ja gar nicht bemühen schaden machen zu wollen aber das ist ja auch nicht da kannst du drauf bei mir willst man der schwächste stufe 4 er auch noch ein einziger und unser schwächter bin ich naja immerhin siehst du denn was es denn noch so für panzer gibt ne stufe 9 ja haben mich verkeilt ich glaube jetzt nur hinterm jagdtiger der beschützt eigentlich würde ich sagen dass du irgendwie aufklärst auch aber gut ja so ein jagdtiger ist ganz schick also wenn man so einen hat ja der drückt schön ja ist halt natürlich ein jagdwander oder camperding aber leute die geduld haben so wie du als geduldssportspieler dann passt das ne ja hatte ich gerade einen kleinen ruckler ja tiger okay ich bleib hier mal ein bisschen nah ja im stand ja m 103 ja was willst du da machen du bist auch tot also wie man zerfetzt wird immerhin habe ich was aufgeklärt ja du hast aufgeklärt ja das ist halt das schwierige beim aufklären weißt du auf einmal hast du da was ist das 5 weiter 1 2 3 4 5 6 5 5 5 keine chance hast du dagegen aber damage hast du gemacht ein bisschen ja das war der aufklärer ne ja ja gut können wir hier irgendwie raus gehen wieder weil das ähm ja 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 das war jetzt ähm und das war eine niederlage das war eine niederlage aber ich glaube da muss noch ein match hinter glaube ich ich weiß nicht ich muss halt mal hier wieder reparieren also deine 35.000 hast du wahrscheinlich 31.000 habe ich jetzt okay dann mach ich schon mal bereit 84 you know ich bin bereit ich bin bereit nicht lang schnacken koppeln nachen ja man die karte mag ich Provinz oh da kann man jetzt richtig was reißen hier ja aber richtig wenn du so weit ich bin ja auch relativ oben naja unteres mittelfeld sage ich mal ich bin höher als sonst das ist der 1 der wird 2 aber ich war ja ok also das will ich irgendwann nochmal erleben wenn ich weiß dass du von der JLP oben in den ersten drei Plätzen bist sage ich mal das will ich nochmal irgendwann erleben toll wie fahren wir denn man ja das ist ne Map da kann man auch gut campen aber als leichter Panzer ist immer so ne Sache äh ich würde mal sagen wir fahren zur roten Flagge also die muss eingenommen werden wie fahren wir da am besten nur hier gerade aus dem ja rumlos also hier bei mir dann also runden nach unten ich bin so lahmarschig also wenn ich den 3er hab das äh die Schufe 3er hab muss das ja eigentlich wirklich schneller gehen muss ich da auch auf den Motor bauen und so muss ich da auch auf den Motor bauen und so ich glaube ich bau den 3er aber auch komplett aus hast du mir auch empfohlen ne 3er komplett auszubauen ja wer auch besser weil ab Stufe 3 dauert dann doch länger als 10 20 Matches bevor du den nächsten hast nein die kloppen sich hier schon gegenwärtig hat den 1 gerammt vollkanne erstmal 80 also jetzt bin ich jetzt immer hier im Dorf und versuch mal ein bisschen auf Camper zu machen also die BT 7 hat irgendwie ein Rage die rast hier durch zerbrotzt alles mach ich mal nach oh die Artillerie versucht mich zu beschießen ja das ist hier immer so ne Sache irgendwann krieg ich den Bogen raus wie ich richtig wenden tue auch hier so geht auch wir haben mit Hallo Robin cool Mist ist die andere die andere einheitlich da war es weg da ich weiß nicht mal wie ich gereift hat ich weiß es nicht boah ich muss jetzt bloß weg hier Fette muss wieder repariert werden ja bei mir muss noch einiges repariert werden so jetzt musst du erstmal aufklären da ist er da ist er da ist er genau die das Viech man komm den kriegst du diesmal ne das ist doof es ist außer Reichweite außer Reichweite wieso hab ich ja weil da alles wirklich hier vorsteht ja jetzt der kommt aber jetzt ran oh die BT 7 jetzt komm rockt ihr das Haus rockt das Haus und bam nein oh 71 40 ja da da steht noch was zu da steht noch was 100%ig neben da stand 100% noch was dabei da steilig wäre ich dabei gewesen aber gut da steilig wäre ich dabei gewesen aber gut ach so schnell die Niederlage ja das ist eine relativ schnelle Niederlage können wir wieder zurück gehen weil die gewinnen hier gerade total schnell die Gegner weil wir dabei waren und schon wieder 1000 mit der 1 ah komm schon irgendwie irgendwann irgendwann ist es soweit ja jetzt ist das Teil noch im Gefecht dann jetzt mit dem anderen wieder jo wir ziehen heute mal ein bisschen länger was durch t34 okay ich glaube ich sehe alt aus jo jo ist klar ich wollte auch mal nicht so wir wollen mal gewinnen wir wollen mal einmal gewinnen ja eben komm da irgendwie 30er Stufe 8 dran ey also das ist jetzt mal ein bisschen höher das Match man sieht's das vorhin war ja auch ganz hoch wenn die Stufe 5 da war nur dass ich trotzdem keine schauen aber man sieht ja gerade wie krank das aussieht linke Seite sind wir ja du in den ersten 3 und ich ganz und ganz Alter ich kann ja ja bist du ein Scout ganz einfach ja bin Scout was kann man dazu sagen Scout ja hier ist also der Tanker ja T1 what the fuck ja das ist das ist schon wieder wunderbar aber ich finde gut dass wir es mit Humor nehmen und nicht sofort meinen hier gleich so wie in Elisabeths Report ja und ist doch egal lol xd also ich muss jetzt ein bisschen anders fahren als du ne ich bin schwerer Panzer oder ich weiß da versuche irgendwie mal aufzuklären hehehe 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 jaaa KV 1 1s super duper tralalalala danke ich sehe ihn jetzt auch er sieht mich aber auch triss ihn? boah böse erwischt jaa danke dafür bin ich tot tut mir leid konnte nichts mehr machen ja aber du hast ihn mir aufgeklärt und ich habe ihn über die Hälfte abgezogen mit einem Schuss aber mich hat aber auch irgendwie ne VK erwischt ja nicht jetzt nur auf Robin komm warte komm schon da ah Mist weg ist die naja egal kill is kill also es steht momentan sehr gut für uns 3 zu 4 äh 4 zu 3 lol ja ja ist egal ist halt so T1er hab aber aufgeklärt und damit haben wir einen Kill gemacht und ich krieg Punkte fürs Aufklären also was will ich mehr ja eben jetzt kannst du mir noch ein bisschen zusehen ich hoffe das ist nicht so nubisch bin wie sonst immer die auf der Karte der Zeit Panzer aber dann ähm im Spiel selber nicht also ja außerhalb der Rage also Wayne ich geh jetzt einfach mal hier Map Flager erobern ja ich konnte was die Götzweil drauf und wusstet ihr für 30 Meter prozent das ist ja nicht war ja ja auch so natürlich wird die Hilfe mit sich kommen um die E5 ja der höchste der Gegner schafft man nicht sehen aber auch auf 4 und im Jahr auch gar nicht ich hätte gerne sie hat aber auch jeder Wunsch der Künstler die durch richtig gut der Mensch das muss man also selbst er weiß jetzt nicht ja die 75 bin ich vorsichtig weißt du und kriegt der Menschmann der Krieg nur zwei Schaden der Tiger 2 echt extrem hier nicht rammeln da seht ihr ihn guter Treffer du hast noch 78 Prozent das könnte gut laufen ja ich schicke immer viel Mist ein oder so der hat noch 27 Prozent 12 Prozent wenn du ihn jetzt holst wenn du ihn jetzt triffst Mist verdammt das wäre der geilste Key gewesen weißt du ja das äh ja jetzt wird der Tiger 2 wird der Tiger 2 oder der T-44 vielleicht der T-44 oder nicht vielleicht wenn du ihn schnell kriegst wenn du ihn schnell willst ja jetzt muss er nur rauskommen scheiße er versteckt sich natürlich weil vier Leute da sind ihr habt noch den T-44 und den Jagdtiger bei euch jetzt ja das war es nämlich so rauf da jetzt ja da ist nur die KV 4 die ist ja ein Witz eigentlich au ich sag gar nichts mehr ich bin nicht das ist Super 8 hallo ja ich bin seit zu viert ja klar Jagdtiger da T-44 ja und Tiger 2 und du bist ein T-34 hallo die gewinnen die sind nur noch zu viert ich will auch noch mal irgendwie was mit dem Cliff Schropp annehmen 8% der ist tot kannst du im Kreis bleiben ja jetzt im Kreis bleiben ja klar ja ja ich würde mal sagen oh oh nah bei unserer Base passiert grad was das ist egal denn die können sie ja nicht einnehmen es gibt nur eine Flagge so ja ah Pantha 2 der wird nehmen ah Pantha 2 da gucken wir mal rauf na der verschwindet aber wieder der hört ab der hat Angst vor euch der riecht als ich nur Cap Kill All und so nur Cap Kill All ähm gibt's irgendwie mehr Dings? ja weil die Angst haben dass man hier Kills verzichtet oder was ja da sind Punkte ne ja ja aber wenn ich wahrscheinlich sowieso kein Kill von dieser Position aus machen kann oh IS 3 ja gut und Pantha 2 ich muss überlegen auf wen du bist ich würde fast weinen auf IS aber auf IS würde ich gehen aber treff nicht treff nicht ok die T-44 greift an und die T-44 nimmt jetzt den Akku auf sich wahrscheinlich wenn du ihn jetzt erwischt richtig triffst dann war es das der ging nicht durch nein der ging nicht durch obwohl die Anzeige auf grün war also ich verstehe es nicht Schutzpunkt wird eingenommen links C krank man so jetzt hole ich sie mir ist der letzte Randa ist der letzte BÄM nice last kill alter dreht sich schon auf ja kampfbereit ich bin tot 500 erfahrungspunkte wegen aufklären wow und 1700 kreditpunkte ja leider nicht genug aber ich kann ich schon mal erforschen doch reicht 35.400 ich habe zwar jetzt kein Geld für die Dings dann mehr für die Reparatur meines anderen Wagens hast du denn noch automatische Munition dabei? nein naja gut dann musst du nochmal mit dem Stufe 2 ne der muss ja repariert werden naja dann musst du mit der Stufe 1 los erstmal rüste ich den auf äh hast du noch Punkte zum aufrüsten? oh ich muss den erst reparieren der muss glaube ich erst repariert sein welcher? welcher? der 2er um was zu machen? um das Teil zu äh erweitern weil ich kann es eben nicht ja warum willst du denn hier nicht den 3er erweitern? ich kann den 3er nicht forschen ach so weil du nicht genug freie erfahrungspunkte hast oder jetzt? ja 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 ich glaube ich kriege ein Kind ja okay dann reparier ich den muss ich ja wollen wir nicht jetzt hier erstmal äh guck mal ja wir können doch erstmal eine Aufnahmepause machen ja würde ich sagen also wäre vielleicht sinnvoll mal ganz kurz mhm sehe ich auch so also hier ihr habt gesehen der Jan hat jetzt endlich seinen neuen Tanzerschuh für 3 erstmal Glückwunsch hier ey und ja so gut wie ne so gut wie kann man wohl eher sagen mir fehlen ja genau 31 31 Erfahrung fehlt mir noch aber in der nächsten Folge da haben wir den hundertprozentig ok dann bis zum nächsten Mal und tschau